moin moin liebe leute ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen projekt das nennt sich rising world rising world ist eine sorry für den ausdruck minecraft abklatsch in besser mit dabei sind heute laren und der keule und hallo und ihr werdet dieses projekt jetzt auf längere zeit sehen und bedanken uns hier an der stelle bei unserem sponsor games rocket wird unten verlinkt guckt rein kauft unterstützt uns damit auch und ich würde sagen raus aus der sonne ihr blendet war ja sowas von klar ja wir brauchen das ach so das war ja mit der dingstaste gut ich kann zaubern weg mann 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 hier haben wir wasser hier hätten wir direkt wasser was ist denn da hinten das das ist wobei einfach blende die sonne so das ist eklig ja schaut mal hier ist irgendwie was oben drüber so eine hütte ja da ist nichts mehr drin da ist nur klavier unten und ich gestern beim testen des servers ein bisschen klavier gespielt ja das hat sich etwas komisch angehört ja ich dachte mir immer direkt schon mal ein bisschen ärzt hier mit jetzt eigentlich auch eisen sogar sehr schön aus der hat sich die steine kaputt gut jetzt macht auf jeden fall schon mal wasser das ist gar nicht verkehrt ja gut wir können vielleicht später ein bisschen weiter diese sonne hier unten ist auch noch mal wasser jungs ich habe ein schwein gefunden wo ist die ja ihr seid blöd achtung hier ist hier ist eine höhle nicht reinfallen mein gott das mit dem mit dem f muskel hier ist echt kacke also ich weiß ja nicht aber ihr seid irgendwie nicht mehr hinter mir wir waren hier gerade noch oben weil hier ein schweinchen war wir brauchen noch ein bisschen happenpappen und so naja hier unten ist happenpappen hier unten ist ne kuh ne ziege aua blöde sau au doof äh entschuldige blöde ziege so ich hab auch noch mal ein schwein gekillt wo ist jetzt ich glaube ich hab ich blute ich habe tomaten noch aufgesammelt ich sage ich blute und ihr sagt ich habe ja wenn es so weiter geht werde ich wahrscheinlich sterben weil ich kein verband habe ich habe ein bewusst gefunden ich habe ich habe schon eine melone komm her ich bin einfach nur den hügel runter in welche richtung schauen wir uns wieder oben am hügel treffen alles klar schwein spring in abgrund ich brauche stoff ganz dringend stoff ja ja ich habe nur fälle weiße verrecke hier wirklich ich habe baumwolle aber wir müssen erst die sachen bauen dafür das kartoffeln ja ich bin ja toll einfach hier und der rand schön dass du einfach irgendwo rund der rand bist und jetzt wieder oben auf dem hügel habe gesagt hast du wenigstens stoff hier von weil ich blute da oben auf dem hügel ich bin hier an der komischen bruchbude stoff und bandage der werkbank wir brauchen erstmal holz vielleicht können wir den scheiß da dann bauen ich nehme hier kaputt machen ich wusste es mein mann mann immer ich ich habe aufgehört zu bluten perfekt ich sterb doch nicht bleib euch doch noch ein bisschen erhalten ich komme von dem klavier nicht mehr weg drücken dann escape ah es gibt auch wasser melone so kräftigen werkbänke brauchen wir 16 mal holz ich baue gerade eine werkbank ich baue nur ein bisschen holz weil ich ein bisschen holz dann auch ja lass aber auch ein bisschen weiter runter gucken weil es wirklich recht chüclic ist bist du jetzt schon wieder abgehauen oder ich bin doch hier lecker steig auf der bruchbude und frau da so wirst du hingerannt hier unten haben wir zwei wasserstellen meine apple meine apple nein ich habe auch sechs ich habe gerade sechs stück bekommen wo ist denn jetzt hier unten ist relativ gut flach ich will dich reiten hier ist wasser kann die kuh nicht aber uns fehlt hier stein ja gut stein haben wir ja eigentlich recht in der nähe ist doch weiter da oben da kann man doch hinlaufen baumwolle sehr schön da geht schon wieder auf dem schwein los ja ich dachte das weißt du lauren aber hier hinten ist ja auch noch einiges ja auch noch einiges ist in der wüste an oder es gibt verschiedene biome auf jeden fall ja ich glaube wir müssen auf jeden fall die weltkonfiguration dann noch ein bisschen ja 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 mir ging es jetzt aber darum weil wegen der tag ist recht flott ja wir haben eine höhle ich höre ein elefant alles klar wo ist denn der puzzelputzer eine giraffe elefant halt stopp stopp da ist ein tiger sage ich ja also ich würde vorschlagen wir lassen die richtung erstmal ruhen gehen in diese frau hat eine höhle von aber ach da hinten renze habt ihr nur die glatze gesehen ja wir sind alle klone wir haben auf jeden fall steine aber hüllenmensch also das bist du ja wahrscheinlich aber ja aber wie wollen wir da runter kommen ohne zu krepieren und dann ist auch immer hoch wegen wasser und pipapo und wenn der leiter und so et cetera bauen genau sollten aber erstmal in der nähe von wasser bleiben ja zitronen cool da ist noch baumwolle damit genau wo ist jetzt wo noch da äh weg gut haben wir denn hier höre ich doch ja schrei mich nicht an nichts geht euch aber nicht oh ich hab ne hütte hiervon wieder so ne bruch bruder ja aufpassen da meistens sind auch noch mal ne höhle ich bin tot meister ja bitte scheiße ist runtergefallen ja ich grab mich mal nach oben ja ja da kann ich ja erstmal den weg nach oben graben und dann passt das schon ich hab jetzt mal zwei karten gefunden ok die waren hier in so einer hütte drinnen ah ich seh was ja oh sorry bei mir für den hintergrund aber ich kann es momentan nicht ändern naja gut du kannst ja auf nem kind nicht unbedingt den mund zu binden das ist richtig können schon aber sollte man es sein lassen glaube ich nicht so gut ja hallo soll man was abhacken was hat sie jetzt gesagt ich verstehe das nicht noch nicht noch nicht ich werde mich jetzt bestimmt nicht zurück entwickeln ich dachte das bist du schon okay du ja aber ich nicht nein so hi du hast hier grad in der bude zwei dinge von ja zwei karten ja da ist noch ein bisschen baumwolle mir gefällt das nicht dass hier ein skelett liegt gefällt mir überhaupt nicht kein deutsches skelett ich 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 nix ich nix 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 mom des nix nas h da ist ja das ist mir egal wo sind der tiger ich sehe kein tiger ja ich habe ich bringe eine schallplatte mit der erste teller wo wir darauf veressen können haben wir schon zwei teller ist ein schädchen das ist auch nur ein loch das wird ein wasserloch wochenloch also steine hätten wir zur not genug zur not muss wollten was wo da hinten hier siehst du mich ja ich sehe dich ach da jetzt ja ich habe nicht so viele chance eingestellt wir müssen halt dementsprechend eine zahlbeinstellung was machen definitiv ja das ist halt recht flott die tage zeig mich aber gerade böse ziege bandages ist hier drinnen eine sichel und noch schallplatten also eine teller haben wir genug das da wenn wir mal diese blöde truhe mitnehmen ja ach sie geht nur kaputt ja ach das ist doch doof blöde traus also ziege dann da lang gut dann rennen wir mal zurück zu frauschen frauschen ist gerade unter wasser toll schön dass du unter wasser wirst also ein wasserloch ist sie hier hätten wir noch eine schlucht hier ist ein wasserloch hier hätten wir ein wasserloch da hätten wir direkt steine ja und wenn man ein bisschen tiefer bei den steinen gibt kriegt man ja auch kupfer etc warte mal eigentlich müsste ich hier warte mal mit dem moku doch wir sind doch wieder am anfang da wo wir uns gerade hingeführt hatte aber wo es jetzt noch einmal egal wir werden jetzt erst mal du hast gesagt nur moku ich sehe hier war noch moku ja hier gibt es viele ja eben du hast eine karte guck auf eine karte und komm zu uns ja genau wollte gerade sagen du weißt doch wo wir sind weint hier praktisch der räderisch äh brauchst du eine kandage äh ja gleich ja ach dann lass platzieren wir gerade die werkbank genau ähm brauchen wir nicht bergbänke brauchen wir holz brauchen wir auch holz holz und steine bräuchten wir dann langsam für den ersten schmelzofen ne ach ja ja werkzeuge bringt halt nix da brauchen wir erstmal den schmelzofen für hilfsmittel ja mach doch mal licht hast du gerade ja mach mal licht und das finde ich gut weil jetzt hab ich euch gesehen ach ihr seid ja gar nicht so weit von mir entfernt brauchten wir nicht sogar den webstuhl um überhaupt stoff herzustellen ja ne ja ja war mir ja gar nicht so weit auseinander wie ich dachte na moku was los was 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 hast du hast du sagten heiterin wurde erfolgreich platziert wird ziemlich verraten ja da ist sie doch ja genau jetzt drücken naja passiert aber nichts kommt noch ein klopp kann sein dass du vielleicht zu nah dran stehst möglich ich geh mal weg passiert ja ne t war chat oder irgendeine andere ne welcher rechte maustaste kommt noch ein klopp ah jetzt ich war zu nah dran selber ok äh machst du noch behalterung warum machst du warum machst du das doch so warum hast du bei lichtern nicht einfach die gartenfackeln genommen du nase lol ja lol geh mal noch ein bisschen holz holen ich hab mal zwei gartenfackeln gemacht das reicht erstmal ähm wo haben wir sie denn da stück so gut ähm wir bräuchten halt recht flott äh ja wegen trinken ne trinken können ja und halt eben was zum fleischbraten und so ne ja das können wir so schon machen das ist ja kein problem die presse malwerk äh die abgestell bräuchten ach ne bringt er uns auch noch nicht mit einer Mülltonne smoker äh werkbänke äh werkbänke brauchen wir nicht die würde denke ich noch ein bisschen organisieren fällt flasche trinkbeutel leder ja müssen wir aber erst äh ich hab ja 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 dann brauchen wir aber trotzdem das messer für ja das ist ja das problem erst mal holz verschaffen holz habe ich ein bisschen ja ein bisschen ja ja ich wollte am liebsten äh jetzt eigentlich erstmal die 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 äh Dings mal alter wo fliegt das Stück Holz hin äh die blockwerkbank mhm wo wir Blöcke herstellen können damit wir schon mal anfangen können den Boden zu bauen weißt du ja ich geh mal äh ein paar erze sammeln ein paar Steine ok und zwar ist das auch eine falsche Richtung? ne doch nicht ja jetzt dürfen wir zurückfinden da ja Licht an ist klopfi klopfi klopf soo drei vier 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 stück doch schon wieder arschmäßig runter ne hier nicht noch andere Bäume na da hinten ja da wo mir der Tiger in Po beißen würde dauert ewig die zufällig hätte den baum Che thiessen bye Moppet Das war ja auch sehr unviel eh die kommische Ziege lass sites commit Die boxt mich wieder. So. Ähm. Da brauchen wir 48... 28 Stück brauche ich noch. Konnten wir nicht irgendwie trinken aus dem Wasserblock? Wenn wir eine Wasserpuller haben, dann ja. Sonst ging das nicht, ne? Das ist ja das Problem. Äh, was sind denn jetzt die Werkbänke? Da. Blockbank. Eine hin. Scheiße, halt nur die... Toll. Ja, dafür brauchen die halt auch ne Messer, ne? Naja. Ich weiß. Ey! Jetzt habe ich die Kuh gedrückt. Na toll. Wie war denn der Scheiß jetzt noch mal drehen? Könnte ich den Scheiß jetzt noch mal drehen? Wie war das? Wie war das noch? Ne, ne? Ne. Kuh und E vielleicht? Ne, Kuh schmeißt du weg. Oder mit R? Auch nicht. Oder Falltasten kann auch sein. Na, Falltasten. Dankeschön. Boah, was hatten wir denn da? Pflastersteine hatten wir, ne? Ach da, Favoriten sind da. Mal ein paar Stellenchen hergestellt. Mal ein paar Stellenchen hergestellt. Mal ein paar Stellen hergestellt. So. Mal ein paar Steinchen hergestellt. Mal ein paar Stellen hergestellt. Ja. so was ist das ach so essenbauen hast du mal die versprung her ja genau weil das noch besser finden wir ja sieht gut aus pack mal da hin ey scheiße ich hab keinen hammer hast du die sicherlich gefunden oder was alles kaputt da können sie die frauen ja ich weiß gut reicht erstmal haben wir erstmal kleen so ja gut ja würde ich sagen ich würde sagen ein schmelzofen wäre nicht schlecht ich habe nämlich einiges an eisen und an kupfer ja ich würde sagen machen wir später weiter ja mach mal ein kurzes päuschen ne kurzes päuschen für uns und wir sehen uns gleich wieder tschau 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 tschau